Ich hab Porsche gecahlt Echt? Wo? Warum? Nein, Anna hat ihn gecahlt Ich hab ihn zwar kein Problem So, Hammer Ich hab ein Defi übrigens gefunden Ich belebe Anne wieder Hey! Lass das! Stopp das! Mach das nicht! Han und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Trouble in Troubles Town Heute mit Vita Wolf Nimm mit ihm nicht! Läuft wohl Vita Läuft Läuft Yo 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 Mit Flash Boin Mit Dalukart Vita starte deine Aufnahme Horshi Vita Vita Figo Krav Mit Kapuzenwurm Auf ne Waffe Ich bin's nicht Oh Gott Ich bin's nicht Keine Angst Ich bin Traitor Die Waffenkammer ist heute verbuggt Ich bin doch in der Waffenkammer drin Wo denn Ich bin in der Waffenkammer Was? Ach ich war in der Traitorkammer Kann der bitte einer finden Oh die Traitor Ich hör die Kugeln Oh Flash hat die Kugeln aktiviert Die Kugeln das ist so ein Dalu Ding Das genauso wie dein Hallo Hallo Oh Ich dachte Muss man die Kugeln nicht anschießen Nein Du kannst die auch mit E drücken glaube ich Ich dachte die musst du einfach anschießen Flash war's ne? Oh das war eine Kugel Oh Gott Oh Gott Oh alle pass auf Oh da haben die Kugeln wurde einer erschossen Ich hab auf die Kugeln geschossen Ja natürlich Und da haben wir mit einem 16 den Spieler erschossen Die haben Detektiv auch noch als Okay Kugelbattle Ich hab's nicht grad sagen ich bin da nicht Ja Komm mit Flash Ich hab nichts gemacht Ich hab den Detektiv erschossen Flash mach es nicht Guck doch nach die wurden erschlagen Vom Gegenstand Dieter ist auch Detektiv Oh Alter Oh nee Ich hab mich jetzt hingeworfen Ich hab mich jetzt hingeworfen Du lachst mich nicht wählen Vita belebst sie wieder Ich suche grad das scheiß Thema Oh das ist noch eine Kugel Kugel Archie Ja was ist das? Nein das wollte ich machen Nimmst du sie Da wurde jemand getötet Oh knapp Ganz durchgeschossen aufs alle Himm du rauf Kapuze Wer hat auch Vita erwischt Oh diese Kugel ist schlecht Hier ist gut Da wo du grade auch warst Vita Vita bist du tot? Nein ich versuch von dir Ich bin ja gut Ich hab die Leiche noch hier hingeholt Wo bist du Vita? Alter ich komme Hier Komm weg aus Vita Archie erwischt's dann jetzt gleich Kann ja sein dass du dich Maschine bestochen hast Da drin Das geht das? Archie ist gleich tot Nein ich will nicht mehr Shigo lebst du noch? Gigo? Das ist nicht du Ich weiß nicht du Wann erwischt? Nein das geht nicht Ehrlich Was ist hier? Was denn Vita? Uhhh Uhhh Vita jetzt tot In Vita jetzt tot ist es Kapuze Nein 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 die Flash hat's gesehen Wir waren im Trailer Test Und die Flash ist es auch nicht Oder beide Nein 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 wir haben wir Nein Die Balls kommen Die Balls kommen Zeig mal her da alle Wo sind die denn? Vita tot Was ist das für ein Ball? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Ball? Ich hab einen DNA-Scanner wenn wir jetzt noch ne Leiche finden Alter Goro Es tut dir bestimmt nicht gut Es tut dir bestimmt nicht gut Ach irgendwie weg Hier ist Vita Was ist das für ein Ball? Wer hat den Vita getötet? Was ist das für ein Ball? Bitte würde derjenige sich kurz zu äußern Gott ich halte ihn fest Nein Nicht nach mir schießen Bitte nehmen Ich schieße ihn zurück Du kannst ihn nicht nehmen Echt Oh äh schadet mir Der Horshi liegt hier Hey Flash laf 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 Ich hab hier wen Die hat Ja Woll geht doch Wer denn? Shigo Shigo Der andere ist Kapuze Nein Da hat den Horshi erschossen ey Da hat's du den Horshi erschossen Ich hab hier wen Ich hab hier wen Ja Woll geht doch Wer ist es? Ist es Gran Vita schreit und ich zeig wer sie ist Goro war das Goro hinter dir die Kugel Ja die Kugel war es Ja die Kugel war es Die Kugel war es Wie Vita da liegt Riddert Riddert Flash Was ist denn hier los? Hier liegen Leichen Oh pass auf die Kugel Welche Leichen Gratz Die Kugel hat der Putze gekillt Wie ganz ist das denn? Ich hab ihn Dann muss es Goro sein Da Da Wollen wir go Halt ne ne Philipp lebt auch noch oder? Ja Auf geht's Rammwoll 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 Alle sind die Kugel gestorben oder? Alle Gratz hast du auf mich aufgeschossen? Wer hat nicht gekillt Shigo? Nein ich hab nicht geschossen Ich hab dich halb erschossen Einfach so Frag mich auch mal dann Ich hab dich nicht erschossen Es war die Kugel die durchgeflogen ist Nein die Kugel die hat die ganze Zeit alles in den Ding gebascht Ich hab gegen die Kugel geschossen Ja ja ich weiß Du hast mich eiskalt erschossen Punkt Ich hab dich auch geschossen Doch Ich hab dich durch die Kugel erschossen indirekt Ja Mhhh gut Auf die Kugel geschossen die hat ihr schlagen Nein Doch 100%ig Die Kugel hat mich nicht erwischt Nein Ich hab den M16 Ha Ich hab den M16 Hoben meiner Aufnahme nach Ok mach ich Zeig dir auch die Kugel Die Ende der Runde war saugeil Wen hab ich eigentlich nicht getötet Ja die Traitor Ich hab Mich hast du nicht getötet Ich hab Anna auch erwischt die Kugel aus dem Ding Oh die Chibe Die Kugel ist fast scheiße Ah Bieter es tut mir leid Das war ja wohl der Schuss Oh der befiegt mich sogar Ich schieße die Kugel um die einschließen oder sowas Das geile ist ich hab dann deinen Defi benutzt um Shigo wieder zu Ja das hab ich mir schon gedacht Dein Defi von Nefi Ja nicht den von Nefi Ich wollte auf diese rollenden Kugel noch einen Poltergeist schießen damit es noch mehr abgeht Aber das hat nicht ganz geklappt Ich weiß Anna ist wirklich Wer war hier hinter mir? Die machen Damage wenn die dich anpiksen Die verfolgen dich halt Du kannst sie halt nur davon abhalten dich zu erwischen wenn du sie abschießt oder abhaust Oder um sie rumläuft Ja Die rollen mit Schwung in eine Richtung und werden immer schneller Hallo Hallo Doro Egal was du bist tu euch hier abschießen Ich hab Anne getötet Lustigerweise ja So ich hab drei Diegels versteckt Wir sollten eigentlich die Sitzung halten Für Horten Anne ist tot Nicht schießen Wo liegt Anne? Kann ich dir nicht sagen Ich hab Horschi gekillt Echt? Wo? Ja Warum? Aber das warst nicht du Anne hat ihn gekillt Anne hat ihn gekillt Ich hab ihn zwar kein Problem So Aber Ich hab ein Defi übrigens gefunden Ich belebe Anne wieder Wenn Bitte weg hier Hey Lass das Stopp das Mach das nicht Alter Schigo ist es Ich hab Schigo umgelegt Goro hat da wen getötet Nefli 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 Den zweiten Mal Au Au Es brennt hier drin Au Nefli bitte mich nicht töten Nefli bitte mich nicht töten Nefli ich bin hinter dir Da ist eine unsichtbare Grants Ah hier Ja ich hab das doch von Anne Ihr seid so Ich hab daneben geschossen Warum habt ihr den Grants getötet Er hat Eno Ehm Traitor von getötet Wahrscheinlich haben wir es nicht ganz mitbekommen Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Warum? So sagt er das denn nur einmal Ja da vorne sind Schüsse Tut mir leid Grants Kapp 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 und Kappa Ok Kapp Ja da kann ich schon Kippe frei Gut Kapp 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 Ich weiß, da kommt man raus. Ich hab mich mal laufen. Ja, ich auch. Ja, ich seh den ganzen Haufen da. Da, hallo. Wo zur Hölle bin ich denn bitte? Hallo. Sehen sie alle, ey. Anne eskaliert hier. Wo bin ich jetzt? Ich hab noch nichts zum Hain. Ja, dann, dann, ja. Shiko, warum hast du denn nicht gesagt, hör auf damit, Anne war Traitor? Dann hätt ich's nochmal aufgehört. Ja, dann, das ist doch auch selber gesagt. Heuchel, ähm, Anne hat hier gerade... Ich könnte nicht ahnen, dass hier sowas passiert. Das passiert auch niemandem. Ich fand das aber super, weil er konnte ich mit Hupen und echt Shiko umbringen. Hallo, Flash. Hallo. Hallo, Anne. Oh, hier ist es schön klein, oh. Hat er nicht gemacht. Ich hab auch wieder, hat sie nicht gemacht. Flash, kommst du mit rein? Was ist jetzt schon wieder? Hier, meine geheime Kamera. Was war das für ein Schrei? Was war das für ein Schrei? Wer hat auch kaputt? Das war Shiko wieder. Was war das für ein Schrei? So geht's nicht euch. Was war das für ein Schrei? Shiko, wo bist du? Ich kann heilen. Ich bin in einem Raum. Sie ist hier drin. Ah, brennt's. Da ist doch wer. Doro, wenn hier nur einer rauskommt. Sorry Kapuze. Wir müssten die eine Taktik wieder machen. Leute, Flash darf nicht reden. Ist ihr damit einverstanden oder nicht? Hier brennt's. Oh nein. Oh, was hab ich denn da hingeworfen? Shiko ist tot. Leute, denkt bitte dran. Flash darf nicht reden. Sie ist Inno. Okay. Ah, hier wurde eine Brand nach mir geworfen. Lauf Flash. Shiko darf auch nicht reden und ist confirmed. Inno, deine Shotgun liegt hinter dir. Wow! Was, Shiko ist auch confirmed, Inno? Ja, Shiko ist confirmed, Inno. Ja, dann kann ja der letzte Überlebende von euch eskalieren. Anne, Goro oder Nephi, er kann... Ach ne, zwei Traitor sind schon tot, scheiße. Was? Eskaliert trotzdem, Mann. Der Traitor kann jetzt eskalieren. Ja, Traitor, gib Gas jetzt. Er ist überführt. Okay Nephi. Ja, das Nephi, das war aber ja klar. Und er eskaliert. Uh, yeah. Die Minigun. Ich will den Mordfall noch analysieren. Shiko, ich hab aber nicht auf dich geschossen. Nein. Nein. Einfach ein Random Grants in mein Zimmer. Ich bin wieder Orchi hier. Ich hab Flash gekillt. Dann bin ich gestorben schon. Alle Kratel-Laschen derben und ich war alleine und ich denk mir so... Es stückte keiner Flash. Ich hab euch auch Nita geschossen und du bist da auch noch gestorben. Als ich Anne wieder... Flash wieder mitgekommen. Aua. Alter Fall. Das... Hey, wir sind ein bisschen bounded. Gut. Ich bin tot. Ja, weil man auch sterben kann. Oh ja, du kannst dich unbedingt sehen. Oh, du kannst dich töten. Der Moment, als sie es verstanden haben, der war viel interessant. Wahrscheinlich. Hey, Schottie. H2. Haben wir nicht mehr, oder? Na, scheiße. Wahrscheinlich hast du so... Hey, what the fuck Gesicht und dann... Ja. Ich wollte die Schottie noch haben. Wo ist denn hier die Wachenkammer? Ja, ich find die auch nie. Ich auch nicht. Oh, oh Gott. Ich denk gerne ne Waffelkammer. Mh, Waffelkammer. Mh, Waffelkammer. Mh, Waffelkammer. Mh, Waffelkammer. Ne Waffelkammer. Lecker. Oh, lecker. Ich nehm auch ne Tunnelkammer, ne? Waffel... Jetzt bekomme ich Funger. Oh, dann ist wir, wenn ich so will, was da hin um Hilfe. Oh, geil. Ich geh an meinen Arbeitsplatz. Ich geh in meiner Laterne. Friends, wir haben noch Arbeit. Wir haben mich hier allein reingemacht. Vita ist im Detektiv-Shop. Kann ich der Hilfs-Sheriff sein, Flash? Ich stell diesen Stuhl hier vor die Tür. Ey, ich hab die Klingel. Hallo, klar, ein Telefon für Sie. Ich hab die Klingel. Du kannst mich ja abknallen und dann mich wiederbeleben. Hallo? Das wär ja dumm. Bundesgrenzschuss ist dran. Okay, zeig mir mal, wo die Waffenkammer ist. Vita Wolf ist für dich. Ich finde die auch nie. Au! Entschuldigung. Nein, er schießt mich jetzt. Das Telefon ist explodierend! Na, super! Was? Ist das ein Traitorfaller? Nein, ich hab's weggebracht. Das wär echt geil. Oder die Leiche. Ich weiß nicht, wie lange schon identifiziert ist. Ich wollte den Hörer ans Ohr halten. Das ist, glaub ich, ein Radio, was mitgehen kann hier. Genau. Hier ist eine Leiche. Das war ein geiler Absicht. Ja, hier kann ein Radio hochgehen. Ah, Gwen! Oh! Da ist ein Radio hochgehen. Oh, da liegt die Leiche. Das sind keine Voraussetzungen. Ja. Hast du es nicht, Grenz? Oh, wir haben einen da. Alter! Gwen! Goro? Oh, nein! Ich hab auf den... Versuch sie doch! Versuch sie doch! Oh, ich komm hier nicht raus! Oh, scheiß Feuer! Vita? Okay, warte, dann komm ich rein! Goro! Goro, ist es confirmed? Wer sagt das denn? Ich, find ich ganz schön weiß! Du hast grad einen umgebracht. Sagst du sowas? Ja, weil du's... Tötet Vita einfach! Ach, alle ist es! Ja! Vita ist Detective, aber okay! Vita, ich bin das scheiße von dir! Das ist so eine Kacke! Detective Traitor, Leute! Denkt dran! Gibt's auch! Wo ist denn der Juggernaut, ey? Auch nicht! Äh, links! Im unteren Drittel! Äh, nicht! Hör dich doch! Danke! Mmh... Leco! Kannst du mal kurz die Traitor zu Grenz callen? Mals das geht? Ah! Nein! Schieß doch noch an! Ah, das gibt es nicht! Vita, wir können auch drüber reden! Vita! Go, Wolfi! Uh, uh! Scheiße! Kannst echt nur Scheiße kaufen hier! Wo, Alter! Wow, 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 wow! Waffe leer, Waffe leer! Waffe leer! Nein! Auch, eh! Jaaa! Got aiming, ey! Aber geil, Vita! Du hätt' immer rumgetanzt! Alter, ich hätt' den Kill hätt' ich so gefeiert und ich dachte, du machst das, als du die Disco dahin geworfen hast. Ja, das war geil! Weil der jumped ja sowieso ein bisschen hoch und du gibst ihn dann mit der Diegel in der Luft ein One-Shot Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Aber ich bin gut eskaliert, mal wieder zu abwachsen. Ich hab ne Türmobock eingequetscht und dadurch bin ich gestorben. Gleich am Anfang. Man kann sich als Trader gar nicht mehr heilen. Doch, Juggernaut. Den hab ich nicht. Oder Heal Grenade. Den Juggernaut hat mir Grants hier ein. Und er war ein Führer. Überlassen. Ich wollt, dass du auch mal ne Chance hast. Oder Kannibalismus. Das war super. Ich stelle hier an. Singt die oder neben mir ist und ist geroll. Hier ist gut. Ich dachte, die anderen machen halt auch mal was. Ich hab doch euch hier umgebracht. Und mit raus geschossen. Das zählt nicht. Euch zählt nicht. Alter, er hat mich angst. Ich bin ja freakt. Ja, aber da ist eine Kartoffel. Oh yeah. Er beleidigt mich auch noch. Vielleicht auch mal eine Kartoffel. Da ist eine Waffe. Mann, ich hab's sehr gern gewonnen. Das ist auch eine Kartoffel. Ich bin Rapper. Guck mal. Er war einfach nur sauer, weil ich keinen Hilfschef hatte. Das ist so ein Quidditch Ball. Was denn? Waffel, Kartoffel. Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch von... Äh... Von... 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 Hortel 2, oder? Horsi hat das Radio grad zum Explodieren gebracht. Nice. Ja, lief halt scheiß. Hey! Das ist meine Waffenkammer. Hab ich nicht. Witter, was du bist so... Lass mich nicht gern. Ne, ich probier vor dir weg zu. Du kommst hier rein. Ich will auch nicht schlafen. Ne, 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 ich will nicht. Sonst muss ich... Wir gerne schießen. Dankeschön, Anna. Fahre was. Sonst muss ich leider schießen, Witter. Ey, wie bist du weggegangen? Witter, an die Wand stellen bitte. Vertrauen sie mir. Vertrauenstest. Nein. Vertrauenstest? Niemals. Oh, das geht an die Hose, oder? Niemals. Kampuze ist es. Vertrauen mir, Witter. Lass mich jetzt hier ran. Ja, hier ist ein Träger drin. Ja, hier ist ein Träger drin. Ich hab ein Träger gesperrt hier. Hier ist die Träger drin. Da ist Schiko drin. Ich bin wieder. Hier ist die Träger. Wir werfen den Brand rein, ey. Geh weg, Kampuze. Geh weg, Kampuze. Ich hab schon einer gestorben drin. Witter vertraut sie. Aua. Witter vertraut sie. Witter vertraut sie. Ne. Nicht bei TTC, Mann. Alle ist jetzt aggressiv. Alle ist... So Flash, wir müssen hier ein ernstes Gespräch jetzt... Um was geht's? TTIAS? Ey. Oh, ne ey. Einer von uns spielt hier nicht im selben Team. Geht's darum, dass sie schon wieder... Einer von uns spielt hier nicht im selben Team. Witter vertraut sie es wieder. Nächster. Nein. Hier wird nicht vertraut. Oh, hier ist die Wand. Hey. Witter, stell dich einfach ein Blöbchen. Vertraue mir. Vertraue mir. Oh, hä, sag mal, Hossi, er will, dass du dir Seife auf jeden Schotts. Witter vertraut mir. Getroffen, ja. Witter vertraue ihm nicht, er will, dass du dir Seife aufhät. Sag das doch gleich, komm mit Kapuze. Lass mich durch. Okay. 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 Oh. Alter. Hallo. Ähm. Was ist hier los? Oh. Ich hab den Traitor gekillt. Warte, ich such ihn noch. Die Leiche ist weggeflogen. Ich hab Horchi gekillt. Ich hab Horchi gekillt, Leute. Ja, ja. Ich hab Horchi gekillt. Ich hab Horchi gekillt. Wo ist er denn? Ich hab Horchi auch gekillt. Freunde, ich hab Horchi gekillt, also... Ich hab Horchi gekillt. Ich hab Horchi gekillt. Haha. Nee, nee, Shigo hat gesehen, dass ich ihn erschossen hab. Nee, wie ist es dann? Weil er lügt jetzt. Dann könnt ihr die Innos wiederbeleben. Und ich meine die Innos und nicht die Traitor. Mal gucken. Ein Traitor ist ja nur tot. Wenn jetzt noch ein Innos stirbt, wär's perfekt. Geh weg. Geh weg. Vertrau mir. Nein. Vertrau mir. Nein, Anne. Also Flash vertrau ich schon mal nicht. Ja, ja, ja. Nimm den mit. Nimm den mit. Vita wurde von mir wiederbelebt. Vita lebt hier. Los Vita, fass ihn dir. Du weißt, ob du weißt, wer es ist. Der ist ja Traitor, Shigo. Du musst mir vertrauen, sonst schaffen wir's nicht. Vita, schnapp dir ein. Anne ist immer noch hier. Ich weiß. Warte. Das stimmt schon. Ja. Ich weiß gleich mehr. Keine Sorge. Vertrau mir. Hier. Ach. Aber einer von den beiden ist es. Okay, ihr seid beide safe. Nein. Aber einer von euch ist nicht safe. Es gibt doch noch einen Traitor. Nein, Vita ist safe. Er wurde wiederbelebt. Ja. Achso, gut. Okay. Brava bin ich da. Brava? Ja, voll der Wolf. Ja, voll der Wolf. Dann Grants und Flash. Gib den mal mit dem Schwänzchen. Ja, dann Grants und Flash. Wenn Anne wirklich safe sein sollte, obwohl ich irgendwie nicht weiß, woher du das ist. Wissen willst. Ich? Pfff. Sie hat immer tief in meine Augen geschaut. Das Flash rein zum Abschluss. Ich hatte auch eine Kugel tief in die Augen gegeben. Grants. Du wirst wieder rechnen. Hat er... Flash? Ja, einer von den beiden ist tot und das heißt auch, dass Anne ist trotzdem. Was? Hä? Ach! Nefias. Alle. Kitzel? Alle! Na, 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 na! Vertrau mir nächste Mal. Okay, das war... Alle weggerutscht. Alle weggerutscht. Alter, was war das denn? Ach Leute. Das war ein Blutwarr. Was war das denn? Hinter dir? Ja, das war ein Blutwarr. Du guckst mich immer noch an und ich kann nicht jeder Schuss einen Treffer. Ja, aber ich hab dich ja nicht angeschossen. Vertraust du mit der jetzt Kapuze? Wieder bei der Horchen. Aber knapp, Fräulein. Warte mal, wer ist das Horchen? Schau mal. Mit dem letzten Schuss? Ich bin erdrucken. Schau mal Horchen. Wow. Guck mal. Du musst die Kerne. Das ist ein bisschen schwer für mich. Wer für die Kerne? Wer für die Kerne? Wer für die Kerne? Oh, immer. Ich um die Tür gehe hier. 10... auf 10 AP. Ey, du musst die Kerne, sonst bricht dir was von. Wieso kriegt eine da keinen Schrank? Naja, solange die Runde nicht angefangen ist, kriegst du ja wieder voll... Ich bin sogar gestorben. Ja, ist richtig. Wie ist das denn? Ach, dann die Tür. Die Tür ist krass. Oh, Achtung, Hantel. Oh Gott. Sorry, Kapuze. Warte mal. Werfst du mir zu? Kappmilch. Ich bin schon hier. Danke. Da, Vita, dass du siehst, wenn du durch die Tür gehst und so schnell durch willst. Das provoziert. Oh, ne Hantel. Aha. Ich werfe die Hantel. Oh, ne Hantel. Geht mir das. Geht mir das. Nein, die ist so schwer für mich. Ach, Mann, nein. Aber, aber, aber... Du schaffst dann gar nicht. Doch. Oh, ne Hantel. Kapuze. Kapuze ist hier dann mega. Guck, wie stark ich bin. Wie stark ich bin. Nein, du beschwerst dich wieder an deinen Rücken. Wie stark ich bin. Kapuze und renn. Was ist mit dir? Nein, beschwerst du dich wieder an deinen Rücken. Nein, nein, nein. Was ist das Problem, Levi? Auf mich mal ne Waffe doch. Auf mich wird geschossen. Oh, ist ein Waffen. Ach ne. Ich bin ne Frau, ich kann mit Hantel nicht umgehen. Ich bin hurt. Boah ey, wie lange du... Wo bist du hurt? Das ist ja... Bei mich, wenn man abgeworfen hat. Das war ich. Granate. Soll ich dich anzünden. Du hast eine Granate geworfen, Levi. Da hat jemand eine Smoke geworfen. Reicht jetzt hier, Gorobai? Das war ein Mordversuch. Gorobai, lass mich jetzt raus. Ach, Gott. Hast du keinen Schaden bekommen? Das war ein Mordversuch. Nee. Vor den Rücken gehauen. Vor den Rücken gehauen. Was ist das denn? Gerade vor gehauen, Gorobai. Nein, Anne. Will mir nen Digalshot geben. Anne, will nen Digalshot geben. Schieß mal drauf. Würde ich gern. Nee, ich trau mich nicht nachher. Horschi, welches Symbol hat die Yalla-Bombe eigentlich? Äh, irgendwas komisches. Ich wollte die letztens auch kaufen, aber... Umwo rechts ist die auf jeden Fall. Sieht aus wie so ein C4, nur von oben so. Dass man die Zahl direkt sieht. Ah, Modauscheibe. Oh, danke. Nest. Wieso ist hier noch keiner gestartet? Was ist hier noch gestorben? Weil Shigo Traitor ist. Aha, Flash, aha. Mhm. So schaut's aus. Ja. Es schließt sich hinein. Anne ist gefährlich, pass auf. Anne ist gefährlich. Lass mich da auf dich drauf springen. Anne ist gefährlich. Gefährlich. Au. Wer ist das, Goro? Goro bei Hause doch nicht. Das war gerade Training. Das war Goro bei. Der hat auf den Kopf gehauen. Traitor mein Sling. Dein Training ist Traitor. Hä, wieso ich? Wer hat mir denn gerade mit dem Likes selber auf den Kopf gehauen? Oh, Flash. Wenn man die auf den Kopf gehauen hätte, damit der Kopf nicht mehr so ganz. Ja, danke. Du wirst schon wieder angegriffen. Wer war denn das? Horchi. Wieso ist? War das nicht? Also wenn ich jetzt mit der Shotgun schießen würde... Ja, aber vielleicht nicht im Nahe kann, weil das packt ja eh rum. Du schießt dann durch. Darf ich's mal probieren, oder? Ja. Was macht ihr denn da? Oh Gott. Du wirst gerade fast getötet, Anne. Da flog gerade eine Kugel an deinem Kopf vorbei von links. Und ich, ey. Nein, ich hab nicht mal geschossen. Achso, war links. Hattes auch so viel. Ja, ja. Anne ist voll zum Abschluss. Ey, 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 ey. Kapuze. Könnte Nephi sein, der Traitor hier rum. Nein! Ich traitor hier voll rum. Oho, Jukuru. Sind beide dann. Oho. Flashy. So, ich dachte nicht, das wäre ein Verfolg von heute. Flash Sale bei Steam. Kapuze hat mir wehgetan. Bitte. Peter Wall wird ne Taube. Was sagst du denn hier? Geh weg, wir haben auch zu bereden. Du hast ne Taube. Leider keine Taube. Es gibt keine Taube. Kapuze, ich zünd dich an. Was? Handicap. Ich zünd dich an. Dankeschön. Du kannst doch einfach auch... Ja, guck kurz, warte kurz. Kapuze wurde wirklich angezündet. Kapuze bret. Mach ihn doch. Yalla! Oh. Alter. Hilfe. Grenz, warum hast du... Der Kapuze, ich glaub's. Weil er Yalla'n wollt neben mir. Kapuze, ich hab'n Tad-Lauscher. Anne ist confirmed. Wurde die Yalla jetzt vorher aufgehalten, oder? Da! Warum ist es? Nur gegeben, weil ich nett sein wollte. Den hab' ich von Kapuze aufgesammelt. Ja, und? Ich wurde eben auch getötet dafür. Darf ich sie nutzen, oder darf ich sie nicht nutzen? Aber wieso hast du dir die Krenz nicht geholt? Ich wär' ja jetzt offen. Warum wollte Kapuze Yalla? Oh, wow. Ja, weil der Traitor war. Ich glaub, der Traitor war. Ja, weil der Traitor war. Grenz. Guck mal, Grenz. Guck mal, Grenz. Guck mal, Grenz. Horschi hat... Was ist das? Wow. Wieso hat der den auch? Hab' ihn gefunden. Weil ich den gerade weggeworfen hab. Der Lucky. Das ist der Cat-Launcher? Ich dachte, der Mellon. Bin ich denn jetzt frei zum Abfuß, oder nicht? Nee, es gibt doch den Cat-Launcher. Soll ich ihn wegschmeißen lieber? Ist Alu tot, oder wie? Mö, der lebt noch. Also Horschi hat das ja meistens so, wenn der Traitor-Waffe hat... Der Cat-Launcher macht keine Bugs, der ist einfach nur OP. Okay, deswegen. Ey. Ey, ich brauch's hier... Naja, macht Erroars zumindest. Captain Grants und Captain Diamond. Ah! Dalu hat's nicht tot. Ich glaub, Vita. Horschi! Anne! Okay, Dalu ist tot, alles klar. Pass selber, er killt an jetzt. Dalu ist nicht tot. Dalu ist hier. Ich weiß, wo er ist. Ich hab'n Radar. Anne, das wirft kein gutes Licht auf dich. Nee, Anne. Ich hab grad nicht zugehört, es tut mir leid. Burn, baby, burn. Ja, Anne. Horschi, wieso sagst du denn nichts? Ja, schießen wir jetzt Anne kaputt, oder was? Wer ist es denn jetzt? Es ist flash. Also, Anne hat Horschi auf jeden Fall hingerichtet. Boah, Dalu, ey. Alter. Weil du mit der Shotgun hinter mir herrängst. Ja. Was ist das? Wieso ist Horschi auf einmal tot? Weil ich ihn erschossen hab. Wann? Na dann. Schade. Irgendwer Fettes steht auf meinem Ausgang, ey. Flash. Zünden wir gleich Valus Leute an. Kann der Detektiv euch nicht vielleicht wiederbeleben? Nein. Das war aber nicht unkonzentriert. Du musst mit der Schande jetzt leben. Flash ist es! Komm, wir zünden sie an. Zündet sie erst an, Leute. Brennt sie schon? Ja, okay. Aber Grady, hast du dich angezogen, Odeco? Nur so? Ich hätt dich ja wieder hochgeheilt. Ja, echt. Warum? Ich hab mich gewundert, dass du auf einmal eskalierst. Anders kriegst du wieder leicht. Ja, aber das mach ich ja nicht nur so aus Willkür. Ich dachte, das war's nicht, du. Das war halt wie irgendein anderer. Aber du darfst dir selber zugehen. Passiert nicht wieder, denk ich. Aber das hätte dich ja nur ein Traitor anzünden können. Das hätten die ja nicht gemacht. Ja, ich dachte, das hätte ich nicht gemacht. Was passiert nicht? Ich hab doch gar nichts gesagt. Nein, ich hätte dich ja dann wieder hochgeheilt. Sorry, ich wollte dir das nicht versorgen. Weil, wenn einer auf mich ballert... Hanne! Einmal ne Hand. Hat der natürlich nen Kuhliger an. Einmal ne Hand. Ach ja. Hanne, wo bist du? Oh! Vita hat auf einmal nen Tee überm Kopf. Da und? Zwei... Auf ein... Ey! Kapuze-Sniper! Du hast doch direkt auf mich geschossen. Ich hab auf die Tür geschossen. Kranz, den hab ich... Alter! Kapuze ist für mich verdächtig. Guck mal her! Sag das doch einfach! Dann könnte Anne sein, die Detective ist. Du! Anne ist auch... Ich glaub, was Anne ist. Ich glaub, was Anne ist. Anne muss nicht sein. Hier ist schon ein leichtes. Gren... 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 Ich brauch mal nen Fernungsgeen Detective hier am Tatort. Ist da Netz? Ist da Netz? Wo sind die anderen, Nefi? Kennst du den Weg? Nein! Gren... Gren... Oh nein! Oh nein! Da ist es! Hallo ist es! Alter, was war das? Scheiße, da drin ist alle... Ey! Kapuze, da drin ist alles explodiert! Wie das? Gren... Oh Gott! Kapuze hat die nicht identifiziert, ASOS! Wo seid ihr denn? Keine Ahnung. Oh Gott, wie es hier aussieht! Leute, kommt mal hier rein! Wie es hier wieder aussieht! Richtig schön finde ich hier. Ich find immer nur Nefias! Hey! ent da anders tot aus? Oh no! Einen Traitor ist tot! Vita und Hoitli, ihr könnt ein Duell machen! Da sind sie! Ey, lass mich fallen! Das sind wir! Ach Vita! Vita, HEIKA! VITTA, alles klar Ich glaub, das ist gut, oder? Nephi, Nephi, lass mich doch! Oh, und es ist... Horchi! Oh, hier, da war der Kapuze! Nephi, bist du down? Nein! Nein, der kippt mich! Oh, ich hab die ganze Zeit da... Das war die Märzüser-Granate. Ah, okay, gut. Das war die... Ich hab erst Leute erschossen, dann hab ich die Märzüser-Granate noch gehabt und die beiden sind schon halt direkt um mich rum. Und das Geile war so, Anish, er schießt mich, guckt nach meinem Life, und ich sag's noch so, kaboom! Und dann ist das Ding hochgegangen. Das war aber... Die Runde fing an und schon hatte ich einen Header verstanden. Anish, aber das hat ich bekommen. Ja, das war für Horchi und mich natürlich ein bisschen blöd, weil wir die ganze Zeit den Weg nicht zu euch gefunden haben. Keinen gesehen. Okay, wir sind alle safe. Ja, und ich dachte immer so... Ich hatte den Blindgänger irgendwie auf einmal geworfen. Radio! Hier kommt euer Leben draus, die Tür. Oh, wo ist die Tür? Shit. Ne? Das ist wie der Pfarrer wird. Ach, da war ich. Ey, ich häng hier fest. Da ist jemand reingegangen, Leute. Schnell, werft die Brandgranaten rein. Oh, zu! Wir haben zu! Ist da jetzt ein Brand reingeworfen worden? Oh Gott! Ha! Wer wollte das machen? Entweder Vita... Hä? Ne, nicht oder! Vita wollte mich grad töten! Flash! Flash! Es ist Vita! Es ist Vita! Es ist Vita! Guck mal, wie viele hier drin sind, Leute! Wir sind alle! Weil du hast das Radio neben mir explodieren lassen. Was für ein scheiß Radio? Da hat einer getötet! Flash hinter dir! Und Vita hilft nicht! Vita und... Kapuze! Und spielt nicht mit. Wer ist und? Kapuze! Habt ihr gehört. Falter Drink! Leute! Ach Gott, ich bin... Figo ist safe. Nephias nicht. Doch! Was denn? Da du... Doch! Nein, nein, nicht doch! Figo! Figo! Ich glaub in der Waffenkammer ist die Hölle los. Ach man, ich komm in die Waffenkammer schnell! Du warst nicht... Nephias meister! Nephias kam rein in die Waffenkammer! Ja, weil das Radio neben mir explodiert war! Achso! Flash war unser Detective! Und du warst der Einzige, der da stand irgendwie! Da standen vier Leute! Ich hatte mich hier als Prop verkleidet drin! Achso! Ich hab ja nicht auf dich geschossen wieder! Oh, noch eine Schotte! Jetzt krieg ich da an! Wollt nur die Gerüchte streuen! Ich geh alle töten! Ich hatte doch noch die tolle März! Ich find dich doch nie! Das heißt schon tot, bevor ich ankomme, Anne! Letzte Runde! Jetzt muss ich alle töten! Wow! Aber wie das saugert! Alle, die in der Waffenkammer standen, waren unbewaffnet, weil sie die Shotguns wollten! Und da hab ich einfach Anne abgebaut! Das ist ne gute Idee! Das will ich stiegs mal auf! Und Anne ging einfach nicht zur Seite! Ich bin immer stiegsau! Ihr kommt euer Leben raus, Lita! Ich stiegs Telefon! Oh mein Gott! Oh shit! Schlecht! Ich hab kein Scherf! Och schau! Und ich schon wieder! Grants! 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 Ich hatte dieses blöde Telefon-Einwunde aktiviert! Warst du das Kapuze? Ich hab nur noch eine... Warst du's? Nein! Doch! Bei der Art vom Lachen, ey! Sorry aber! Ich hab nur noch... Nein! Ich hab nur noch 28! Das seh ich überhaupt nicht ein! Das ist so scheiße gewesen! Was war denn das? War das das Radio? Nein! Er hat ne Brand an mir geschmissen! Obwohl ich in der Waffenkammer war! Das macht man nicht! Grants! Grants! Das ist scheiße gewesen! Leute, das macht er sonst nicht! Ach, mir wieder! Wieso ist Flash & Battlegrounded? Was du sollst immer mit mir machen? Ja, weil äh... Kapuze erschießen! Dann bleib ich halt hier drin die ganze Runde! Kennt, ob er den Weg? Ich bin verlaufen! Wieso ist denn Kapuze? Wurde ich grad eingeschlossen? Nein, ich dachte schon! Anne, weißt du, wo Kapuze liegt? Ach, hier seid ihr? Nein! Warte, hier! Ach, Anne! Wir haben Dream Team Defection, würde ich sagen! Du bleibst da drin, Granny! Was auf! Oh shit Oh, da flog ne Lackchen durch den Gang Sie ist genau an meiner Tür vorbei geflogen Ich confirm mach Lebst du noch da Luke? Ja, ne, 4 sind explodiert Das war ne Jalla, oder? Ja, verlor ich hier wieder Ne, ich hab die erschossen Ja, das weiß ich wieder nicht Wenn ich jetzt erschieße, dann ist wieder alles falsch, oder? Ich hab keinen erschossen Das war ne Jalla Ja. Wie, der Wolf? Ist es und du der andere, Granz? Ich bin's nicht. Die Anne? Sind alle tot? Du bist es auch. Nein. Wie er lachen muss. Hallo. Oh. Zu klein. Sorry Kapuze, aber ich hab die Situation ausgenutzt. Ich war Traitor. Kapuze, ich war Traitor. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.